Das Institut für Rundfunktechnik GmbH ist das Forschungsinstitut aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit Sitz in München-Freimann. Das IRT verfolgt gemeinnützige Zwecke und dient der Förderung des europäischen Rundfunkwesens und der europäischen Rundfunktechnik. Aktivitäten Das IRT betreibt Forschung auf dem Gebiet der Technik von Hörfunk, Fernsehen und Internet. Das Institut verbessert bestehende Systemlösungen für die Produktion und die Verbreitung von Rundfunkdiensten, entwickelt und beurteilt neue Technologien und begleitet deren Umsetzung in die Praxis. Das IRT vertritt die Interessen des Rundfunks durch seine Mitarbeit in verschiedenen internationalen Gremien wie ZB, EBU, UER, ITU, DVB, World, DM, BETC. Eine Aufstellung der jährlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten findet sich in den Jahresberichten des Instituts. Das Institut ist Herausgeber der technischen Richtlinien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Im IRT wird die sogenannte Witzmoor-Liste gepflegt und der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung gestellt. In dieser Liste werden wichtige Daten der in Betrieb befindlichen Hörfunk- und Fernsehsender der Bundesrepublik Deutschland zentral zusammengestellt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit informiert das Institut regelmäßig in technisch-wissenschaftlichen Kolloquien, die gemeinsam mit der Fernseh- und Kinotechnischen Gesellschaft und der Bavaria Film veranstaltet werden und als Videobeiträge abgerufen werden, können Vorläuferorganisationen sind unter anderem die Rundfunktechnische Versuchsstelle der Reichsrundfunkgesellschaft in Berlin, die Forschungs- und Entwicklungsstätte beim SWF in Baden-Baden und die Rundfunktechnische Zentralstelle in Bad Homburg. 1956 Gründung des Instituts 1957 Beginn der Arbeiten am Institut 1962 EBU-Arbeitsgruppe Farbfernsehen Pelsicam NTSC wird unter IRT-Führung gegründet 1966 Beginn der Entwicklung Stereoton im Fernsehen 1967 Start des Pell-Farbfernsehsystems auf der IFA Berlin elektronische Zeitlupe 1970 Blue Screen Verfahren in der Fernsehproduktion 1974 Verkehrsfunksystem ARRI 1975 Erste Versuchssendungen für Videotext 1981 ZDF startet mit Stereoton im Fernsehen auf der IFA Berlin nach dem IRT-2-Kanaltonsystem Lichtwellenleiterübertragung auf der IFA 1982 Eduard Rheinpreis für die Entwicklung Stereoton im Fernsehen Digitales Satellitenradio 1983 Erste Versuchsausstrahlung des Radiodatensystems 1984 Kunstkopf Stereophonie für Hörspiele im Rundfunk Demonstration von 3D-Fernsehen auf der IFA 1985 Eduard Rheinpreis für Videoprogrammsystem Erste Demonstration des Tonndatenreduktionsverfahrens MUCCAM bei DARB anlässlich der World Radio Communication Conference Orb in Genf 1987 Start der Entwicklung des D2MAC und HD-MAX-Systems als europäisches EU-Projekt 1988 Erste DARB-Ausstrahlung in Deutschland 1992 Digitale HD-TV-Übertragung über Satellit-Audiodatenreduktionsverfahren MUCCAM wird ISO-Standard 1993 Erste Programmsendung im 16 zu 9 Modus mit der kompatiblen SEND-E-Norm-Pal-Plus-Widescreen-Signalisierung 1994 Entwicklung und Festlegung der Übertragungsparameter für das terrestrische digitale TV-System DVB-T 1995 Entwicklung einer Media-Box zum Empfang von digitalen TV-Kanälen über Kabel als Gemeinschaftsprojekt von ARD-ZDF-IRT Deutsche Telekom und Premiere virtuelles Studio im IRT 1997 Erste Ausstrahlung von DVB für den mobilen Empfang Demonstration des Lesezeichen und des EPG für DVB 1998 Erste 5,1 Mehr Kanaltonübertragung mit DVB 1999 Vom IRT neu entwickelter Mikrofon Typ Cardioidebenen Mikrofon wird im Deutschen Bundestag eingesetzt Demonstration der Multimedia Home-Plattform MHP auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin IFA 2000 EMI Award für ISO MPE GLR 2 IRTS-MHP-Referenzimplementierung unterstützt entscheidend den Standard für interaktives Fernsehen 2003 Versorgungsrechnungen für die DVB-T Einführung Standardisierung des Produktionsformats MXF IRTS-MXF Software Entwicklungsumgebung und MXF Testcenter 2009 Initiative für HBB-TV einem offenen technischen System um auf TV-Geräten Mehrwert- und Abrufangebote für den Konsumenten bereitzustellen 2010 HBB-TV wird TTSI Standard Was Bes Bowl 2014 Jahrhund Her Mon 2019 technologies